also wenn du auf die Felsen guckst links davon er geht drunter ich sehe gar nichts dem setzlichen Headshot da ist Tapsen, ich sehe ihn nicht er muss zu, ah ja so gut, ich schieße ihn jetzt weg, ich schieße ihn einfach weg schieße weg ab ihn, lauf! steht er da hinter der Wand zum Balkon in meine Richtung, ja, da ist er wieder ah, jetzt hab ihn